Heute der 16 Uhr Livestream, schaltet alle ein, 16 Uhr heute. Hallo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, mit dabei ist heute der liebe DaluKatz. Hi, okay, krass. Max und Jay. Alle haben ja irgendwie, alle haben ja in die Kommentare geschrieben, wo ist eigentlich Jay. Das habe ich mir gerade ausgedacht, das stimmt nicht. Sola, schön, dass du jetzt heute dabei bist, als schnelle DaluKatz. Also irgendwas stimmt hier in der Teamdynamik ganz klar nicht. Wir kriegen es irgendwie nicht hin. Da muss ich dir einmal widersprechen. In der Teamdynamik stimmt heute einiges. Denn nicht nur Jay, sondern auch Sola sind weltbekannt dafür, extrem viel Salz zu konsumieren. Ah, na viel. Heute wird richtig salzig. Da kann DaluKatz auch mal wegbleiben. Das stimmt, das stimmt. DaluKatz ist immer so ruhig und gefasst, wenn er genockt wird, weißt du? Sagt so, DaluKatz sagt halt, habe ich schlecht gespielt. Wir drei schreien dann rum, das Subgame hat Legspikes, weißt du so. Deshalb vielleicht eine ganz willkommene Abwechslung, jetzt wird es wieder schön laut. Wir gehen wieder nach Salty, Jungs, ne? Ja, genau, wir gehen immer Salty. Weil, Name ist Programm. Leute, seht ihr das? Ja, was, äh, was willst du? Die Gates. Alter. Leck mich am Arsch, was haben sie bei Realm Royale geklaut. Jetzt kann Realm Royale endlich die verklagen. Smash den Like, was? Smash den Like. Bei mir als erster am Kanal. Bei mir als erster. Okay, wir fliegen jetzt mal da durch, Leute. Und wir gucken direkt mal, was passiert. Ich glaube, da kriegt man 100 Euro. 2.000 V-Bucks. Gratis. Porsche Panamera. Nice. Alles durch die WhatsApp-Gruppe. Komm in die WhatsApp-Gruppe. 80.000 Euro in drei Tagen. 80.000 Euro in drei Tagen. Nice. Rudi. Porsche Ferrari. So geil. Lamborghini. Er hat ne Shotgun. Er wird mich finishen wahrscheinlich. Er wird mich sowas von finishen. Stark. Du hast mich sch*** gespielt. Alter, krass. Hier sind so Portale. Alter. Jedes Portal. 2.000 V-Bucks. Nur durch die WhatsApp-Gruppe. Was hast du eigentlich mit deiner... Kennst du das nicht? Diesen Werbespot, wo der Typ sitzt. Porsche Panamera. Yeah. 2.000 Euro in 20 Stunden. Und jetzt gebe ich richtig Gas. Durch Trading. Komm jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Echt? Ja, das gibt es als YouTube-Werbung, Digga. Das Problem ist aber, es gibt 100 inzwischen. Ja, richtig. Und es gibt 100 WhatsApp-Gruppen. Und ich bin in 150 drin. Und hab bis jetzt 30. Und hab 30.000 Euro Minus gemacht bis jetzt. Private Servents. Alles dank der WhatsApp-Gruppe. Yeah. Hab ihn einmal. Jetzt gib es mit der Tommy-Garn auf die Schelle. Also, das ist ein ganzer Spot, ne? Okay, ich bin down. Ich bin auch down. Nevermind. Ja, irgendwie. Bist du in der WhatsApp-Gruppe? Da gibt es ein Heal. Äh, Rewe ist dein Gegner? Ja, der stand einfach vor mir. Max, was machen wir mit ihm? Hin Richtung! Hin Richtung! Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßend. Seht ihr Gegner? Ja, ich höre sie auch. Ja, der wurde auf jeden Fall gebaut. Ja, die fighten noch. Jungs, ihr seid nur circa noch 30 Minuten von uns entfernen. Also, das ist eigentlich... Mit dem Porsche ziehen. Wieso, wenn wir jetzt schon unser Ferrari aus der WhatsApp-Gruppe hätten, Alter? Dann wären wir vor denen da. Bei mir läuft, nicht bei mir rennt! Einer hat Hit bekommen? Hm. Einer von denen hat einen richtig dicken Hit bekommen. Der wird auch gerade hart beschossen von uns und ist bei Max direkt. Maaann! Ich baue immer den ganzen Tag. Ich muss einfach mal committen mit der Waffe und mich nicht ausbauen, wenn er neben mir steht. Oh, der kenne ich, ey. Oh, der kenne ich, ey. Boah! Nein! Boah, Digga. Das war close, Alter. Digga. Ja, wir werden rechts auch angeschlossen. Zieh mich mal ganz schön hoch. Ich hätte jetzt gern Bock auf den Jump-Head. Ich hab einen Jump-Head. Wollen wir? Ja, komm, let's go. Scheiß Baum hier. Ja, ja. Der ist close direkt. Nice. Direkt verhaftet. Direkt weg. Da? Da! Boah, Digga, was? Nein, doch, jetzt hat der Ding ins Auchen noch. Mann, Sola! Da ist links einer im Haus drin. Oh, nee, Mann! Was? Ja, Sola. Ich sag's dir. Insider-Infos in der WhatsApp-Gruppe. Und das sagen die Jungs in der Gruppe dazu. Ich krieg die ganze Zeit auf meinem Handy Nachrichten, dass mir irgendwelche null Follower-Accounts folgen. Was ist denn das für ein Follower-Shit-Twitter-Gruppe? Das ist wegen der WhatsApp-Gruppe, Sola. Durch die Ringe durch. Das war Winkel. Der Jungs. Ich hab ihn. Hab ihn! Boots! Stop! Bing! Autist. Headshot ist ja im Laufen! Müssen wir pushen, müssen wir pushen, müssen wir pushen! Wir pushen jetzt in die WhatsApp-Gruppe rein! Ja, Mann! Einer ist hinter dir, Sola. Nice. Ganz stark, Laby. Hinter dir ist noch einer. Bei dir ist noch einer. Hab ihn. Bei mir? Levoi! In seconds! Hab einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Amba. Los geht's! Wuhuuu! 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 Da ist ein V-Bucks drin, wenn man den Trichter trifft. Get down, Mr. President! Hab ihn! Ja, nein! Der liegt, der Junge, der liegt! Ah! Zack! Bam! Bam! Aua! Hier ist ne Minigun. Ohne Einkaufswagen, ohne mich. Ich setz nur noch in meinen Porsche, Ferrari, Panamera, Lamborghini. Geil, danke! Ja. Süden. Da! Killer, Digger, Killer! Max, Alter, guckt dir das an. Mein eigenes Wohnmobil, dank der WhatsApp-Gruppe. Geil, Alter! Mit 20.000 W-Wax drin. Wohnmobil. Wohnmobil, geil, Alter! Guckt, wie ich einen Losertanz mache. Mein Wohnmobil. 20.000 Euro Wohnmobil. Ne, bitte. Was? Wo denn bei uns? Die bauen Ikea-Regale aus. Hab ich! Möchte jemand ne Legendary Heavy haben? Hab ich schon, mein Junge, hab ich schon! Mann, immer diese reichen YouTuber. Dank der WhatsApp-Gruppe nicht. Die ist ich auch. Die ist mein Pauman. Ja, ja. Die sprüche ich gerne mal alle. Bam, hab einen down. Bisschen! Das Aim ist halt wirklich. Das ist der Puschen, der ist super low. Und alleine. Und nicht in der WhatsApp-Gruppe. So ein Opfer. Raus mit dem! Max, jump, wenn ich hier komm. Ich hab ihn genockt, aber warum auch immer bin ich runtergefallen. Aber das muss ich jetzt ohne dich machen, ne? Sorry. Aber der hat... Bam! Win! 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 Jungs, ein letztes Mal. Ich zeige euch jetzt mal meine Galerie hier. Guckt euch die ganzen Skins an. Alles dank der WhatsApp-Gruppe. Das habe ich mir alles verdient, die V-Bucks, okay? Okay. Gottes Willen, Alter. Kannst du mir jetzt mal endlich diese WhatsApp-Gruppe auch mitteilen? Ja! Schreib ruhig eine Nachricht an 0174 49 49 18 212. Sechs mal die sechs. Sechs mal die sechsten 69. Max. Max, Sola, du bist doch der Admin der WhatsApp-Gruppe. Sola, Max, J, hört mir zu. Schreibt in die Gruppe, ich will da rein und geil reich werden. Das ist der Text. Ich will da rein und geil reich werden. So, Jungs, und dann geht's los. Geil und rein reich. Insider-Trading. Ich will rein reich werden. Da rein. Alter. Ich find's sehr cool, durch das neue Angebot in unserer WhatsApp-Gruppe können auch schon die Leute mit nem nur durch Beitritt fortfokus starten. Alter. Und vor allen Dingen. Die scheiße Fokusgruppe. Aber für umsonst. Aber für umsonst nehmen wir das mit, wa? Beitrittsprämie dank der WhatsApp-Gruppe. Geil, Alter. Wer ganze drei Tage hintereinander, ich f***, nebe ihn den Arsch in die WhatsApp-Gruppe schreibt, bekommt noch einen neuen E-Mac Arena Jeep obendrauf. Den neuen E-Mac Arena. Geil, Alter! Nein! Was? Ich hab ne Vuvuzela. Max, haben wir da rüber? Ja, ja, rüber da. Einer ist richtig low. Der ist low's hier. Hab ich. Jetzt bin ich auch dabei. So, ich komm zu dir. Ich helf dich, oder? Hab ich. Oh, hier ist noch einer irgendwo. Okay, haben wir noch irgendwo wen? Hier! Hier drin, hier drin, hier drin. In dem roten Haus. Und in dem grünen. Äh, blauen. Im blauen, im blauen, ja. Bah, Junge! Hä, wo ist der denn? Ganz unten, ganz unten. Unten, glaub ich. Ja! Junge, junge, junge! Weilerie. Feieroding! Halter, wir haben den ganzen Ort gelöscht. Die Salzbuben sind unruhend. Es is wie gesagt, es is unser Milieu! Das ist unser Milieu! Gasgranaten! Geil! Dank der WhatsApp-Gruppe! Geil, Gas, mehr Gas, das findet ihr auch in der Whatsapp-Gruppe. Ja, Mann! Ja, hey, nice. Hier ist noch ne blaue Pump. Woher war's ja irgendein Gimmi. Ne blaue Tech Pump? Crack Pump. Ne, ne blaue, blaue Pump. Ne blaue... Wann ist denn Tech Pump? Ich hab Crack Drang gesagt. Der Tactical. Ich hab gesagt Sex Drang. Was ist denn los mit... Jungs, die Kommunikation in der Whatsapp-Gruppe stimmt nicht. Ah, Gegner, Alarm! 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 Wo denn? Wir sind doch ein bisschen mehr. Hat mich, bin tot. War richtig Scheiße. Von dir oder von ihm? Von mir. Oh, Osten ist auch... Hier ist ne ganze Armee. Schön, den hast du zum Leben gerüstet. Den hab ich noch selber gebannt. Hab auch noch einen. Der wird gebannt! Insider-Trading ist meins! Streng ihn hoch! Alter, der hat sich selber gekillt. Wir wollten ihn aus der Gruppe raus. Das kommt davon, wenn man die Gruppe verlässt. Keiner verlässt die Whatsapp-Gruppe. Keiner! So, Jungs, wollen wir in die Zone rein. In die Whatsapp-Zone. Oh, Steinpilz! Njamjamjam, Steinpilz! Flifferlinge! 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 Da kommen von rechts oben welche. Jo, die kommen angeflogen. Oh, LOL! Jump-Scare bei Max! Boah, Alter! Vor allem, er ist die Jump-Scare, der denkt sich, ich hol mich mal den Berg hoch. Drei Gegner, die per Morphin schießen. Granrate! Hab noch einen genockt. Da war einer! Baby, ich bin hinter dir! Baby, ich bin hinter dir! Jetzt von einer anderen. Zieh mich hoch, Max! Zieh mich hoch, Max! Schnell! Für die Whatsapp-Gruppe. Ich hab nur zwei Gas-Granaten durchgeschmissen. Alles gut, Jungs. Zone kommt. Oh, der war recht weit hinten noch. Bei mir? Oben, 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 oben! Hab ich! Boah! Wie der geplatzt ist! Wie eine Pignada! Schönes Ding! Jungs, Pilze aus der Whatsapp-Gruppe. Der Insider-Tipp. Jetzt essen! Oh, hier sind Pilze lecker! Jam, jam, jam! Jam, jam, jam! Oh, hier wird gefeiert. Was feiern die? Die Whatsapp-Gruppe feiern die. Die Whatsapp-Gruppe feiern die. Aber die haben eine gegnerische Whatsapp-Gruppe. Jungs! Da müssen wir rein! Die wollen unsere Aktien weg-traden! Schnell! Vor mir, vor mir, vor mir! Schön, 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 schön! Revi, ich komm hoch! Revi, beeil mich! Bist du down? Schön! Wo ist noch einer bei mir? Bei mir? Direkt vor mir, vor mir! Über dir, Revi! Nice! Hab ich! Alter, mein Aim ist halt... Sehr schön! Sehr schön, Jungs! Schön haben wir die hochgenommen, Jungs! Dank der Whatsapp-Gruppe! Da unten ist noch ein Loot-Drop, den hab ich natürlich gecallt. Dank der Gruppe! Hat jemand... Ich kann nicht aufhören! Hat jemand... Hat jemand vielleicht von euch noch ein bisschen... Baumaterialien oder sowas? Na grad schwierig, du! Äh, Süden, 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 Süden... Ja, ich muss mir jetzt mal heilen! Porsche Panamera, Ferrari, Wohnwagen, Kia verband! Drei Stück Süden! Nice! Sehr schön! Sehr schön, Digga! Wow! Das war edel! Wow! Da bin ich im Rausch, du! Alter, was ist denn mit euch? Gar krass! Baaaaaah! Alter! Was ist denn hier los, Alter? Die Sniper-Kills aufholen? Habt ihr alle Aim-Hack an? Ja! Da links noch bei den Zola. Oh! Zola, vor dir! Vor dir kommt einer! Der ist unten! Unten! Links von dir! Ja! Das ist der letzte! Oh, ist der lecker! Hab ihn down! So, da ist ihr! Zehn Kills! Oh! Whatsapp! For! Live! Boom! Jungs, Alter! Geile Runde, Digga! 22! Ich bin 24 Kills! Auf geht's, Digga! Auf geht's! Kann man machen, kann man machen! Jungs, liken das Video und kommt in die Whatsapp-Gruppe! Schaut bei Sola vorbei! Schaut bei Max vorbei! Jawohl! Schaut bei den Pilspits vorbei! Kommt in die Whatsapp-Gruppe! Hier ist der Link! Danke! Peace! Bis zum nächsten Mal!